auch nicht weg Oh fuck Maggie Straße Maggie Straße Maggie Schon wieder Todes, das ist doch... Aber... Ich weiß auch wo man wieder rauskommt Wir fahrten hier schon wieder rum Am Rand der Meppen und wir zerlegen den diese ganzen Sanderer Zerleg ihn! Gerade vorbei! Er brennt! Was dauern! Oh der hat ein Satzschild, das ist uncool, weg hier Und tschüss Acht Minus, acht Minus Und tschüss Doch! Nice! Wollte mal wieder richtig abschießen, mein Neco Was war denn das jetzt? Ich spring einfach über den Berg drüber, wir sind irgendwo mitten in der Luft Markus schießt auch immer Kill Eingehnte Operation Ja, die juckt uns wenig Warum denn? Weil wir die ähnliche Falle ziehen können In der Luft! Ich hoffe, ist es einer an Sunny, bitte Oh ja, einer ist Sunny Jetzt holt mich wenigstens zu, Affe! Ja, wir brauchen aber Muni Der Angang kann man auch, oder? Ja, drei Schuss hat ihn auch Ja, eben Ich bin das inzwischen eigentlich ganz gut im Abschätzen Ah, Nervis, der kommt ja zu uns Ist das ja so? Mach der hier Ich bin voll, mein Freund Wow! Mein Kind macht mit der Blitz Ja, wieder Aber hier ist es auch nirgends Muni Oh, mir haben A gehabt, die ganze Zeit Ja, natürlich haben wir da draußen alles gehört von denen Darum hatten wir A wahrscheinlich So, und jetzt dann gekontert Schwerer mit Einsatzschild Und auch Axiom Waffe Ich habe auch Zyklon aus Auxiom Ich habe auch die Zyklon aus Auxiom Ich habe auch die Zyklon aus Auxiom Tategie mit Auxiom Aber bald, wenn es so weitergeht Ich glaube, ich bin mit der Blitz auch schon auf der Hälfte oder so Warte Guck mal Da, Waffen Wo ist die Blitz dabei? Angriff der Erde? Ich weiß nicht, was du was das für heißt Ne, übers Ne, wo sieht man das? Statistik oder Statistik? Statistik oder Statistik? Statistik und auch Da musst du die Statistik auswählen Die Statistik nochmal Stumm gewählt Achso, Anweisungen und dann weiter Profil Achso, bei meinem Profil gesagt Ah, ja, genau Statistik Oh, Mann! Man anzugucken Aber Wiener, ne, Stummgewehr? Ne Ne, MP müsste sein Maschinenkastur, ja Ja, die Blitz GD Hab ich Kills für Euraxium Ich hab's jetzt Hälfte auf Euraxium So fehlen dir noch einen Haufen Kills 500 Ungefähr Natürlich von hinten Jetzt wieder, jetzt habe ich 10 Minus Ach, ich will eine andere Station Sven, mach weg hier Ja, ich sag mir, kalter Krieg Wie wäre es mit Heaven-Auto-Post 957 Kilo Mit der Hellbar Ja, du machst die Hellbar wahrscheinlich echt bei der Faktion weil du halt immer mit viel mitfährst Ich habe endlich ne 1er KD, obwohl ich Fahrer bin, gut Ich bin aber als Fahrer ne 1er KD, lass er das auf der Zunge zergehen Ja, ich hab ne 0,7 Von hinten schon wieder dieser scheiß Lightning, ich geh auch nicht weg Oh fuck, Maggie Straße, Maggie Straße, Maggie Jetzt hab ich eine 10 Minus So, ich geh nach Heaven Heaven kann jetzt auch nicht mehr spawnen Was hab ich jetzt wieder für eine Gruppe? Ach, leichte, super, mit der mache ich auch nichts heute Ach, super Einen getötet, einer getötet mich Warte ich mal irgendwo und nirgendwo bis Markus an, Markus bewegt sich aber er ist nicht am TS User entered your channel Ah, jetzt ist er wieder da Ja, du hast gerade auch so ein bisschen einen auf Robo gemacht kurz bevor du weg warst Ja, ich hab auch die 1.66 beim Lex fahren in den Moment Ja, das hat man aber nicht verstanden Ach so, das war ein Gegner schon an hier, wo ich vorbeigerand bin, schön Ich fand nur so ein bisschen Robo, aber ich bin schon extra nicht voll reingefahren Äh Da ist ein Meg Rider dahinter Ja, eben Da, wo es gerade eben geraucht hat Oh fuck, der fährt in unsere Richtung Komm schon, komm schon, lock ihn drauf, lock ihn drauf Und Boom Schöne Sache Schöne Sache Schöne Sache 12 Minus, so, ja Wir haben zwar den Killgrad nicht bekommen, Voodoo, wir haben gerade einen Meg Rider richtig schön aufs Augelegt So Positionswechsel Ja, mach doch Ich will irgendwo anders so hin Ja, kriegst du hier troplett und dann Ähm, hier hin, da können wir grad sporen, hier Da ist troplett, mach was du willst Ja, ich müsste die Futter eigentlich immer troplett zahlen, weil er... Er ist nicht immer über die Basin beschwert Oh oh oh, wir haben jetzt 40 Minuten an dieser Beige gekämpft Aber es war richtig geil, ich habe zwei Kills als Fahrer gemacht in der Runde Spier wer hat scheiße gelabert ich hab gar nichts gefragt, ich hab da gepackt, sind da viele Panzer dort du hast gesagt, irgendwas mit Camp ja, eine Base, zurück ja, da kann ich nur spawnen ich konnte nicht in Isar spawnen ok, ich geh in den Infanterie-Kampf, weil ich in den A-Punkt wenn ein Tutor wieder auf irgendeinem Berg rumkackst, hält und sich dann wundert, warum er gleich von hinten erschossen wird oh, Alter, das ist doch komm Markus, wir zeigen jetzt Tutor mal, wie man... ah, Tutor ist wahrscheinlich schon wieder gestorben, oder? nein, ich lebe du bist wieder zurückgelaufen, hast du überlebt? ich warte auf euch hier er hat verlegt euch schon nicht ich warte auf uns gehört dann hast du nix überlegen dann Tutor noch nicht es war jetzt echt gestorben? ich liebe Verbündete, ja ich liebe Verbündete weil die schießen dann so gerne in den Rücken Markus, komm rein, 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 rein wir gehen hoch, wir gehen oben, um nein, wir gehen zu mal nein, wir gehen zu mal pushen, ah, Tutor ja, ich bin grad gelähmt nicht oben rum, am pushen bin gelähmt come on, Medic, pick me up, please, pick me up, please jetzt bin ich gleich am Arsch achte das jetzt noch nein, er läuft einfach über mich drüber so verfuckte Mongo wohin ich hab einen Medic von denen erschossen schön oh, du mal hinter uns und jetzt kommen natürlich Raketen von der Seite die machen eine schwere mit zwei Schussblatt, weißt du das? ja, Shotgun nein die Beta, Beta Klaus dann Leck der rum oder Durum Bildschuss hast du Adolchus, nein die macht ihr nicht mit zwei Schüssen tot doch die macht dich mit ganz hoher Sicherheit nicht mit zwei Schüssen tot doch guck das Video an, guck das vierte, fünfte Video an ja, du weißt nur nicht wie schnell die Waffe schießt, glaub ich schon wieder tot ich hab jetzt keinen Bock mehr 13 minus du bist einfach nur scheiße sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist so ja in jeder Aufnahme gehen macht es nicht einfach mit einer besseren raus wie du nicht jeder in den letzten 10 bis 10 bis 10 da wo ich die Aufnahme verkackt oder wo die abgekackt ist das kann ja jetzt jeder behaupten Schnauze da hat Markus und ich glaub ich sogar trotzdem eine bessere nur weil du meinst, das heißt das nicht, dass wir schlechter sind wie einen ich komm um die Ecke mit einer Rakete ins Gesicht auch schon nö für die letzten 10 Minuten geh ich jetzt nochmal auf TR los und dann geh ich auf lang oh Gott geh du schon wieder auf eine andere Base bei Mongo boah, das bin ich sicher gestanden ja, weil mein Skill ist grad dermaßen lag dein Skill lag ja mein Skill lag was für ein Skill ich zitter einfach alle ich zitter einfach alle groß haha neun, neun einer von hinten fixe weil ich mich für ein Fisk gemacht habe kein einzig kein einzig kein einzig BAM das ist mein Skill das wollte das wollte hat sie mir grad was das wollte ich habe wieder nennen das ist ja irgendwie ein Russe das war die Krise von hinten was ist das da ja Pantheos von hinten das ist einfach schlecht Aua Boah, alter ja und dann ein Schuss von denen und ich bin tot ja, McFlip McFlip ist mein Boss ey NEIN diese Scheißwaffen mit ihren Huren oh 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 da schiebt doch schon wieder die Huren, die elendigen Huren die Huren da ist unser Medic erschossen der hat sich vor mich gestellt wenn nicht